Jo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich stelle euch heute Loyal Tabak vor. Eine neue Sorte, eine neue Marke auf dem Markt, die aber etwas ganz besonderes ist. Und was sie so besonders macht, das lese ich euch jetzt einfach mal vor. Loyal Shisha Tabak, treu bis zum Ende. Loyal Tabak hat es sich zur Mission gemacht, bis zum Ende der Abverkaufsfrist 2022 die beliebten 200 Gramm Dosen zu den fairesten Preisen der Branche anzubieten. Nämlich die altbekannten 17,90 Euro, jedoch mit neuer Steuerbanderole und das bis zum bitteren Ende. Möglich ist dies durch den Direktvertrieb ohne weitere Handelsstufen und den Verkauf ab Werk, zu beinahe Selbstkostenpreis. Acht Sorten für jeden Geschmack, bekannte Qualität und eine Performance, die dich auch in diesem schwierigen Jahr nicht im Stich lassen wird. Bleibst du der Shisha Szene 2022 gegenüber Loyal, dann solltest du zumindest einen der neuen Sorten testen. Günstiger wird's nicht mehr. Ja, und Leute, es ist wahr. Loyal Shisha Tabak, ich hab hier den Anma, was soll das sein, Mango Ananas mit neuer Steuerbanderole für 17,90 Euro. Ja, aber ob der jetzt überhaupt was taugt, ob der schmeckt, wie ist der, naja, finden wir das einfach mal raus, gerusttechnisch. Die Dose geht etwas schwierig auf. Ja, also gerusttechnisch. Haben wir hier an vorderster Front die Mango, eine sehr natürliche Mango und im Hintergrund auch eine, muss ich sagen, sehr natürliche Ananasnote. Ein wenig leicht spritzig, sauer, wie man es halt eigentlich so ein wenig von der Ananas kennt, aber auch mit dieser leichten Süße im Abgang. Aber im Vordergrund ist es vom Geruch her wirklich, wie wenn ihr beispielsweise beim Inder euch einen Mangolassi oder einen Mangosaft gerne einfach bestellt, euch den einschenkt ins Glas und diesen typischen Mango-Geruch habt. Ziemlich natürlich gehalten. Und ja, kommen wir einfach mal zum geschmackstechnischen, zur Rauchentwicklung. Ja, also ich glaube, zur Rauchentwicklung muss ich da nicht mehr viel sagen. Geschmackstechnisch. Wie beim Geruch im Vordergrund ist die Mango, die übernimmt hier ein wenig, aber im Nachgang habt ihr echt diese leichte, süß-säuerliche Note von der Ananas. In der Kombination finde ich den persönlich sehr, sehr genial, sehr, sehr geil. Ich will ihn jetzt nicht overhypen, nicht nur, weil er mir übelst schmeckt und weil der 17,90 Euro kostet mit neuer Steuerbanderole, aber ich finde, es ist ein echt gelungener Tabak. Kopfbau blende ich euch an der Stelle einfach nochmal mit ein. Setup, Hassler Hooker Pinocchio, Kopfhooker in Lidlip und Calout und zwei Kohlen Coopression. Die dritte ist im Korb, habe ich mittlerweile mal runtergenommen. Aber auch die Hitzeverträglichkeit von dem Tabak, muss ich sagen, ist ziemlich gut und ich kann mich da einfach nicht beschweren. Ehrlich, nenntabak für 17,90 Euro. Ihr habt ne ziemlich geile Verarbeitung, Schnitt. Molasse ist gut am Start, nicht so viel wie bei anderen. Die werde ich jetzt mal nicht erwähnen. Den habe ich auch schon mal vorgestellt, dieser Schwimmende. Ich sag den Namen bewusst nicht. Ist gut eingezogen, schön feucht, aber nicht übertrieben feucht und geschmackstechnisch sehr genial. Wie gesagt, 8 Sorten für jeden Geschmack was dabei. Irgendwie noch so ein Bärenmix, es gibt Traubeminze, Doppelapfel. Also schaut ruhig gerne mal vorbei. In den Online-Shops und so, die Wurse anbieten, einfach mal Loyal-Tabako eingeben. Ich muss echt sagen, ich bin ziemlich positiv überrascht. Und ja, aber wie gesagt, ich möchte nicht so krass overhypen, weil es ist immer wieder Geschmackssache. Mir schmeckt da, euch vielleicht nicht. Aber ja, für 17,90 Euro kann man da, denke ich, schon mal, wie sie geschrieben haben, mal ein-ausprobieren, mal abchecken. Leute, das war es von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Und in diesen Zeiten, stimmt, da tut der Geldbeutel noch ein wenig mehr weh, dass sich einen Tabak zieht. Aber ja, bis wir uns das nächste Mal. Haut rein, ich sag, Sayonara. Ich sag, Sayonara.